was haben wir jetzt action movie ex irgendwas wir hatten ja gerade stop motion jetzt haben wir action movie aber das ist ein bisschen lustiger und netter gemacht finde ich persönlich aber auch viel spannender sollte ich zeige erst mal das was ich mit action movie gemacht habe ja erstmal ich habe nämlich schon was produziert gehabt beziehungsweise mit action movie kann man ein richtiger action star werden ja und sieht folgendermaßen das was mit action zu tun hat was du da gemacht hast super heiße action jetzt drück ich mal auf den play button jetzt geht's los es erschreckt mich doch nicht was wir nicht gemacht haben ist das werden wir mal machen immer ein video bitte mach jetzt mal ein video von uns und dann zeigen wir mal wie das geht okay hast du das bei dir auf dem iphone drauf weil ich habe angst wenn ich wieder ins wlan reingehe dass ich mit sms bombardiert werde gerade ach so hast du es drauf ja aber nicht auf dem telefon ich mache jetzt mal kurz meine wlan wieder an weil sonst kriege ich hier glaube ich wieder 50 sms an so machen wir machen ein neues dann kann ich ja mal das zeigen einen neuen film so und dass wir machen mal hier into the darkness von star trek phaser kampf super diese szene werden wir raus lade star trek jetzt kostenlos runter alles klar lade ich mir jetzt runter jetzt wird diese szenerie wir drunter geladen und was wir jetzt machen ist ich mache mal kurz hier alt und sagen jetzt sagt sagt mensch bin ich multitasking fähig wird runter geladen das dauert kurze sekündchen und dann wird diese szenerie reingepackt da ist es so sieht es aus und dann kann man einfach sein video drehen und dann ich muss mindestens fünf sekunden lang muss ich halten drauf dann mach mal gerade eben muss man dazu sagen ist das mit der app ein bisschen schief gelaufen ich muss auf eine gerade fläche haben wir bei mir nehmen wir gehen mit dem fuß weg warum weil ich eine gerade fläche haben muss weil daran orientiert sich die app es muss halt eine gerade ebene sein und da muss ja irgendwas passieren hat sich ja selber rein muss ja im bild sein was denn ja weil da macht mehr spaß wenn du mit im bild mitspielt hallo ich bin in dem action film drin okay du bist jetzt hauptdarstellerin starte die startzeit ein so ist in einem original marco baggage film so jetzt hier mal gucken wie es aussieht jetzt wird es nämlich berechnet ich hatte das gerade mal mit einer spinne das war schon mal zu verdammt spooky aus ja es macht mehr spaß wenn da andere mitspielen finde ich ich bin der hauptdarsteller du bist nur der regisseur ich bin die hauptdarstellerin geht los super finde ich gut mit wie würdest du die app bewerten wie würdest du die app bewerten wir haben ich habe nämlich gerade hier auf nimm dir fünf minuten zeit und bewerte die app ich finde die kriegt vier sterne und wenn ich jetzt drauf gehe komme ich in den app store und könnte sie dort bewerten ähnliches könnt ihr natürlich auch machen wenn ihr euch die app aus dem app store heruntergeladen habe für euer device und könnt dann euren positives oder negatives rezension also für eine kostenlose app wie sie sehen sehr gut und ich freue mich auch wenn ihr das macht und dann das vielleicht per e mail an uns verschickt dann könnten wir den mal in der sendung vorstellen action movie kostenlos für euch im app store erhältlich für alle actionfilm fans ein